Miau! Und willkommen zurück zu Let's Play Crystar. Wir haben ja jetzt eine ganz andere Ausgangssituation als sonst. Das finde ich sehr spannend. Und ich bin gespannt, wo das hinführt. Denn scheinbar will Sen jetzt Kokoro umbringen. Und wir wissen immer noch nicht, wo Nanana ist. Also wir haben sie nicht wiedergefunden im letzten Teil. Also gar keinen von beiden. Das heißt, Kokoro und Rey sind jetzt immer noch zu zweit alleine scheinbar. Das ist sehr interessant. Und ich muss sagen, mittlerweile glaube ich mal, dass es sich hier gar nicht um verschiedene Timelines handelt. Sondern um ein und dieselbe Timeline. Und das Ganze hier so eine Art und täglich grüßt das Murmeltier ist. Also dass wir uns in einer Art Zeitschleife befinden. Und Korn immer wieder was verändert. Um am Ende irgendwie das bestmögliche Ergebnis rauszubekommen. Und deswegen immer wieder alles von vorne startet. Weil wir haben ja gesehen, dass Korn am Anfang die Erinnerung aus diesen Zeitschleifen da hat. Von uns. Und demnach stelle ich mir vor, dass Korn irgendwie von außen so eine Beobachterin ist. Die halt immer wieder diese Zeitschleife von vorne startet. Und jedes Mal jetzt hier in dem Kapitel 6 jedes Mal dieses kleine Detail verändert, wie die Gruppe sich auftrennt. Um zu gucken, ob es da eventuell ein anderes Endresultat gibt. Ich werde jetzt erstmal organisieren und dann rufen wir mal irgendwen an. Wahrscheinlich Kokoro. Steht ja Talk with Kokoro. Ob wir da nochmal versuchen sollen Nanana anzurufen? Keine Ahnung. Wir organisieren erstmal. So, dann telefonieren wir doch nochmal mit Kokoro. Bei dir hat sich auch keiner gemeldet, oder? Kann sein, dass wir mit Ray jetzt ganz alleine sind, weil Kokoro quasi ihr Ziel erreicht hat und damit auch den Vertrag erfüllt hat. Oh, nein, es ist okay. Ich bin einfach drowsy. Sorry für nicht die übliche, sehr glücklichen, Big Sis, Kokoro. Das ist verständlich. Du warst seit Anamnesis für ein lange Zeit. Das ist richtig. Ich habe endlich gewaltt Anamnesis. Aber für ein paar Mal, meine Träume sind immer das gleiche. Ich wurde Anamnesis in fronte von einem Monument in der Schule. Ich war noch ein schwach student, und ich konnte nicht schützen meine Baby. Ja, das heißt, Rache bringt nix. Aber war das überhaupt Anamnesis, die ihr Kind geklaut hat, oder war es die Revenant Princes? Danke, Ray. Du bist so eine gute Wälder. Ich weiß nicht, wann Ray dem zugestimmt hat. Ich bin nicht eure Wälder, du weißt. Habt ihr von Wäldern, warst du mit Sen und Nanana? Aber du bist ihre Waifu, wie es scheint. Am meisten mache ich mir Sorgen um Nanana, weil ich denke mir, mit Sen werden wir wohl oder übel noch mal Kontakt haben müssen. Denn immerhin, immerhin, äh, will ja, äh, Sen sich noch rächen jetzt. Ja, Mirai. Ja, und du willst ihn wieder beleben. Okay, der Contract gilt also noch darüber hinaus. Das heißt, wir müssen das auch noch beenden, dieses Contract-Verhältnis. Ja. Ja, die gucken einfach nur zu, die wollen einfach nur unterhalten werden. Im Prinzip ist alles, was ihr für sie tut, absolut sinnlos. Es dient nur deren Unterhaltung. Ja, ich will dich in Purgatoren sehen. Kommt jetzt, äh, Mephis? Ich habe ein neues Deal geändert. Wenn du bereit bist, geht's. Oh, wer hätte damit rechnen können? Gut. Discord. Werden wir machen als nächstes. Ordeal. Discord. Yes. Los geht's. Ich hoffe, hier kann man jetzt diese, ähm, Pencil, äh, ne, diese Complete Thoughts Manners bekommen. Weil, ähm, Ich habe im Moment genug, äh, Sentiments. Deswegen habe ich auch schon, äh, den, äh, den, den Dings-Ordeal gemacht, den, ähm, Optional-Ordeal nicht so gründlich gemacht. Einfach, weil ich im Moment keine Tormans brauche. Ich brauche keine Sentiments, weil die Sentiments, die ich jetzt habe, die kann ich ja nicht mal Fusion oder, äh, verbessern. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich die Materialien dafür nicht habe. Denn diese Materialien, die man dafür braucht, äh, bekommt man wahrscheinlich erst jetzt. Die Dunkelheit? Ich sehe da hinten gerade ein Schmetterling. Geister. Ja, klar. Sind Revenants nicht sowas wie Geister, in gewisser Weise? Stopp it already! Are you crazy? Reva... Go? What are you saying? Don't trail off like that! This was fun. But we should get going, Kokoro. Das hat Spaß gemacht, dich zu ärgern. What was that? Was ist Nanana oder ist es Sen? Nanana! Bye for the wait! Everyone's favorite Nanana has returned! Es ist... Es ist irgendwie keine Kunst, meine Lieblings-Nanana zu sein, weil du bist die einzige Nanana, die ich kenne! Are you okay? Nanana is as fish as a daisy! Fish? Was? Was... Was haben Blumen mit Fischen zu tun? Weird as usual. Not that I was worried about you. Nanana was worried. Thinking about Ray, Sen and Kokoro. Aber Sen haben wir nicht wieder getroffen und wir werden uns auch nicht dem Guten wieder begegnen. This is fun and exciting! Das ist ja die Hauptsache. Nanana, what about Sen? Da hinten ist ein Schmetterling. Den würde ich gerne untersuchen. Ja, warum sollte sie auch bei ihr sein? Immerhin wurden die auch getrennt. We love it. It's not a lot of Revenants, though. Alright, Ben. We should look for Sen. Ach, sie ist schon da. Ben! Ich bin froh, dich zu sehen. Ich auch. Wir sind endlich zusammen. Separation ist zu schade. Kokoro, wie lange planst du, mit mir zu stecken? Kommt jetzt der Showdown zwischen den beiden? Aber Sen scheint nicht zu bemerken, obwohl sie auch meine Wälder ist. Ich bin auch nicht deine Wälder. Sen, kannst du sie für mich auslösen? Bitte? Wurde sie gerne, oder? Wir suchen Marai. Findet ihr, wird es hart in diesen Wäldern. Sen, Nanana, kannst du mit mir kommen? Nanana, wir gehen mit Ray anywhere. Selbst wenn du gesagt hast, nein. Ich gehe auch. Die Band ist wieder zusammen. Okay. Naja, aber was hat Sen vor? Ach, der Shop war das. Und ich habe mich gefragt, was das für ein cooler Schmetterling ist. Ja, guck mal, hier können wir Menace endlich bekommen. Was ich brauche. Ich hoffe, ich finde davon jetzt auch noch genug. So. Ray hat übrigens eine richtig coole neue Attacke bekommen. Und zwar die hier. Das ist einfach voll overpowered. Wie gesagt, wir sehen uns dann wieder. Wir sehen uns dann wieder, wenn, äh, wenn was Neues passiert. Ja, das waren alle. Okay. Bis dann. Okay. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir hier am Ende dieses Kapitels nicht gegen Yuri kämpfen müssen, sondern gegen Sen. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm. Und noch eine Sache, die für dieses täglich grüßt das Murmeltier-Ding spricht, das quasi Kuh und immer alles von vorne starten lässt. Kuhn heißt ja schon Infinity. Also im Prinzip passt das sogar ziemlich gut. Ja, benutzt deinen Search-Mode. Naja, sie läuft durch die Gegend und guckt. Wie gesagt, von Hände zu Hände, alles über dich ist ein Kind. Right, Sen? Wir brauchen nicht, zu hurry. Wir sollten nicht wöchern, zu sprechen. Ja, sie hat keinen Bock, mit dir zu reden. Niemand will, dass Nanana ihren Search-Mode aktiviert. Tja, das weißt du besser als wir alle. Beziehungsweise nicht als wir alle. Wir wissen noch mehr als du, aber wir sehen uns, wenn was passiert. So, wir sind am Ende der ersten Eben angekommen. Ja, du hast ihre Mutter umgebracht. Ich will das gleiche was als ich weggebracht habe. Oh, ja, wir haben noch nicht gesprochen. Nanana, du sollst auch hören. Es ist eine Sache, die wir wissen. Anamnesis war nicht die Revenant-Prinzessin. Warum denkst du das? Du weißt, die Revenants anamnesis, nicht? Sie sagten uns. Die schrecklichen Dinge? Ja, sie bezeichnen Burbaki. Sie nicht Anamnesis. Sie die Revenant-Prinzessin. So haben sie es gesagt. Ja, ich glaube, sie will jetzt darauf hinaus, dass Kokoro Anamnesis umgebracht hat und möchte das aus ihrem Mund hören. Wir haben Anamnesis. Wir haben in der Krieg und habe Anamnesis. Ich habe endlich meine Revennung. Also müssen wir nicht über Anamnesis mehr. Sie wird never bother us again. Ja. Aber dafür wird Sen uns jetzt babbern. Ich dachte schon, sie schlägt jetzt zu. nananabim. Super exciting. Wisst ihr, wegen Eier und so exciting. trinkt. Ach, ich mag nanana. Immer so fröhlich. Das war's dann, oder? der finale Kampf in diesem, äh, in diesem, Ordeal. Das ist es. Right? Ich hoffe, so. Als Going Home Club-Member bin ich über exaustiert. Wir sind safe now. Lass uns resten, bevor Ray verlässt. Warum muss sie diesen Going Home Club immer wieder erwähnen? Ihr Zeit. Lass uns das zusammen genießen. Es gibt kein Feuer. Aber Camping klingt schön. Wir waren im middle of talking though. Können wir unsere Konversation sen? Ich will was meinen Zeit campen. Ich gehe zurück in die reale Welt. Ich bin ein kill joy sen. Entschuldigung. Ich habe nicht gedacht, dass Sie alle hier spielen waren. Hey, sen. Vielleicht können wir für heute und später zurückkommen. Sind Sie okay mit dem nicht nein, 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 also haben wir diesmal werden wir nicht mit den Leuten reden. Ja, du bist überhaupt nicht passiv aggressiv oder so. Nein. Nein. Ja, das wird kein gutes Ende nehmen. Ja, ihr brecht auseinander. Okay, mit Sen dürfen wir nicht reden, dann halt Kokoro. Naja, mit ihrer Mutter ist was passiert. Hm, vielleicht gibt's dann doch keine Rache. Ja, sie ist mehr bereit zu sprechen, Ray. Sie wahrscheinlich will nicht mit mir Ich weiß nicht warum aber ich fühle wie sie hat me warum auch immer das macht nicht mal Sinn dass da she hate me steht ich meine warum sollte Käse sie sie hassen wegen cheese versteht ihr ich bin fast toll im äh im Wortspiele machen wie Nanana mit exciting gute Überleitung zu Nanana an dieser Stelle ne ja wenigstens einer ja klar irgendwie ja ja wenn wir das nächste Mal wieder ins Purgatory kommen ist das abgebrannt weil Nanana zu viel mit Feuer gespielt hat das Fegefeuer ist abgefackelt ich meine es heißt Fegefeuer aber wenn Nanana da war ist es nur noch Fegeasche man soll nicht mit dem Feuer spielen suspicion so dann organize ich nochmal und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Ordeal würde ich sagen so dann starten wir mal in das nächste Ordeal rein es wird dich umbringen wenn du ihr hilfst glaub mir ja wir sollten ihr ja Zeit geben ne ok ok scheinbar nimmt sie das jetzt sehr persönlich Und meint, wenn man einfach alle Revenants umbringt, auch ihre Mutter, dann dürfte man auch keinen Unterschied bei Nanana machen. Ja. Und jetzt ist es dir auf einmal egal. Die haben gerade noch gefehlt. Ja. 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 Okay. 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 Ja. 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 den einen Weg hier. Wir sehen uns, wenn wieder was passiert. Okay, es passiert wieder was. Da ist Sen! War das, äh, das, was die meinten? Die beiden Demon Twins mit sich einmischen, damit es spannender oder spaßiger wird. Wenn du wissen, dann macht es okay. I envy your simple justice. Und danach, äh, bringst du uns alle um. Ich bin mir aber nicht mal sicher, ob das wirklich Sen ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich Anamnesis war, die, äh, Sen das gesagt hat. Ich glaube echt, die Demon Twins mischen sich da ein und spielen uns vor, irgendwer zu sein und manipulieren uns. Ich glaube, das war nicht die echte Anamnesis, die Sen gesehen hat. Sondern die Demon Twins. Okay, wir spielen jetzt, wir spielen jetzt Sen. Und nicht mehr Rey. Okay. Spielen wir die jetzt alle einzeln nacheinander einmal? Sehen wir ja dann. Kokoro. Ist das du? Jo. Sie trifft jetzt scheinbar Kokoro. Du bist noch auf Gesprächsverfahren mit mir, hm? Komm, das zu denken. Ich habe dir nicht erzählt, was passiert, als ich Anamnesis verletzte. Sen, du willst es hören, nicht? Wie ich meine Revenge bekam. Ich war froh, du kannst sehen, Sen. Das ist nicht die echte Kokoro. Ganz Ich meine, warum sollte sie das so sagen? Das ist eindeutig nicht Kokoro. Das sind die Demon Twins, die mit uns Spielchen spielen. Begegnung für ihre Leben. Aber was ist das? Sen, deine Justiz nicht für die Familie verletzt, richtig? Anamnesis war schade, also ich verletzte. Das ist alles. Ich glaube, ich könnte nicht mehr just sein. Wenn das dich überzeugt hat, dann gehen wir. jetzt spielen wir. Ich werde nicht mehr verletzt, ich werde nicht mehr verletzt, verletzt. und dann treffen wir irgendwann alle wieder zusammen. Und alle hassen sich gegenseitig. So wird das, darauf wird es hinauslaufen. Oh, es ist du, Belly out, so. Nanana. Normalerweise ist das doch umgekehrt, wie die sich nennen, oder? Vielleicht sogar ein Freund. Vielleicht sogar ein Freund? Punktless? Plus, du bist so obsessed mit deinem Baby, das nicht sogar geboren wurde. Nicht nur ist das kein Spaß, ganz ehrlich, das, das wirkt alles so, warum sollte Nanana das jetzt so sagen? Das ist, das sind einfach die Demon Twins, die mit uns spielen. Und so einen Satz würde sie garantiert niemals droppen. zu Hause, nicht? Wenn Rey nicht vor Ort ist, du bist nur ein normaler Revenant. Das ist zu schlecht. Oh nein, Belly out, die Frau ist verrückt. Was ist mit ihr? Aber ich kann sie nicht abandenen. Wir haben bereits unsere Hände mit Sen. jetzt spielen wir als Nanana und müssen jetzt Rey wiederfinden und dann trifft sich die Gruppe wieder zusammen. Oder? Schätze ich mal. Treffen wir uns jetzt alle wieder? Oder spielen die jetzt erstmal wieder Spielchen mit Nanana? Nanana würde das nicht machen. Ich will nicht bis jetzt ist das glaube ich der Schlimmste. Ich habe das Gefühl, das wird einfach immer schlimmer. Beim ersten Mal ist nur Nanana gestorben, beim zweiten Mal sind gefühlt alle gestorben. Und diesmal hassen sich einfach alle gegenseitig und werden nie dazu kommen, ihr Ziel zu vollenden. Ich habe jetzt die Worte von einem Revenant. Nanana ist ein Revenant. Und ich mag es nicht, wenn Nanana traurig ist. Und ich mag es nicht, wenn Nanana traurig ist. Das ist eindeutig das Werk von Mathis und Phyllis. Und es gefällt mir überhaupt nicht. Ich hasse sie dafür. Okay. Sind wir jetzt wieder ganz am Anfang? Ich glaube, wir sind wieder am Anfang. Oder ist hier jetzt der Boss? Hier ist auf jeden Fall eine große Fläche und hier scheint jetzt hier kommen alle zusammen. Ja, es kommt wieder Juri. Jetzt können wir wieder alle spielen, okay. Ich glaube, ich werde erstmal als Ray spielen. Und wir sehen uns nach dem Kampf, weil es ist wahrscheinlich wieder der gleiche wie sonst auch. Sie ist besiegt. Parmenides ist besiegt. Aber ich glaube, das war erst das zweite Ordeal, oder? Oder habe ich eins verpasst? Ich meine, das war erst das zweite Ordeal in diesem Kapitel. Das ist Spaß. Sie können noch niemanden mehr, richtig? Ich wusste, dass die beiden nass sind. Aber es scheint, dass sie sehr gut Vor allem, in der Musik kann man das überhaupt nicht erkennen, dass die beiden nass sind. Es ist Spaß und alles, aber keine Ideen wurde geboren, Methis. Es ist gut. Dinge werden nur mehr entzündet. Ich kann nicht warten. und ich kann es nicht. Tja. Das schien tatsächlich schon das dritte Ordeal gewesen so. Es kam mir gar nicht so viel vor. Sind das die Kogs von Renewal? Erstens müssen wir sprechen. Jetzt. Sollte es vielleicht Alarm anrufen, ne? Nein, um ehrlich zu sein, von Anfang an war sie kacke. Ja, wegen den beiden. Ja, die beiden. Vertrau denen nicht. Ja, weil wir im letzten Kapitel keinen Ideen bekommen haben. Und in diesem auch nicht. Nein, ich werde die Ideen und save Marai. Dann muss man nicht mehr verabschieden all andere Dinge zu erreichen. Du sollst mit Exzesse. Freunde, du musst das leichter nehmen. Warum sollte Kokoro sie noch benutzen, denn immerhin hat Kokoro ihr Ziel bereits erreicht. Die haben einen extra Kurs belegt im Synchronlachen. Ich meine, warum sollte sonst jemand so synchron zueinander lachen? Das müssen die doch geübt haben. Dann werden wir uns beim nächsten Mal dem dritten Finale stellen, würde ich einfach mal sagen. Und wir sehen uns dann wieder. Und wir sehen uns dann wieder. Und wir sehen uns dann wieder.